Ich brauche noch voll viele Tische. Wir müssen Tische bauen. Ja. Ähm... Wir sind so teuer! Nee, wir müssen Geld verdienen. Schlimm. So ein Bärenfell machen wir da hin. So Teppiche, ne? Ach, voll hübsch. Ist das ein kleiner Teppich? Ach, den kann man da so hin machen, ne? Ach, das ist ja schön. Nehmen wir hier so einen roten. Das ist hübsch. So, ich bin dann mal los. Alles klar, wir sehen uns später. Oder hören uns später, definitiv. Ich werde wahrscheinlich mal reinschauen. Und viel Spaß dir! Ja, wir sind halt hier... Ach, schon wieder ein Dieb, ne? Natürlich gelten meine supercoolen Teppiche nicht als Deko. War klar. Genau. Genau. Und wieder. Und wieder. Ja, wir sind halt hier. Jetzt sind halt hier. Also, wir werden nochmal die Bärenfell. Wir haben wieder ein paar Gäste mehr, das ist ganz cool. Jaha, die Kirschtorte hat ein Level-Up. Yippie, jay, jay, Schweinebacke. Wir brauchen noch eine Kellnerin. Dass ihr auch alle schön happy seid. Da hat wieder was ein Level-Up. Ja, der gebraten Fisch ist sehr gut. Und der Erdbeerkuchen. Sehr schön. Kann ich jetzt eigentlich... Okay, ich kann gerade keine Veranstaltung planen. Aber ich könnte. Das ist schon sehr viel wert. Ja, so muss das hier. So muss das Geld fließen. So und nicht anders. Also wenn gleich mein Essen, also unser Essen kommt, dann würde ich Pause machen, was essen und dann spielen wir was anderes, würde ich sagen, oder? Und dann würde ich mir überlegen, was? Vielleicht sollte ich eine Kellnerin halt nur für... Äh, äh... Nee, die nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. So, die macht nur Reinigung und den ganzen Rest. Oh, wir hatten wieder einen goldenen. Sehr schön. Nächster Tag, bitte. Das Amt heißt, viel Glück beim nächsten Mal. Wow. Wie kann das scheitern? Wie? Okay, so, dann kann ich jetzt eigentlich eine neue Veranstaltung machen, oder? Genau. Ja, da fehlen mir die Erdbeeren. So eine Kacke. Schade. Ach ja. Alle nachfüllen. Ist schon ein bisschen doof, dass das jetzt gescheitert ist mit den Erdbeeren. Sonst hätten wir jetzt die Veranstaltung machen können. Ähm... Das ist leicht belastend. So, dann können wir auch bald eine neue Etage... Aber wir machen dann erstmal die Requisiten für Suppen, noch eine Bar, und dann machen wir die neue Etage. Und das klingt gerade so, als wäre das Essen da. So, dann müssen wir nicht nachfüllen. Ja, Leute. Ich gehe dann mal in Pause. Und wir sehen uns später. Da bin ich wieder, Leute. Ich habe gerade spontan entschlossen, dass wir das Spiel jetzt einfach noch ein bisschen weiterspielen. Ähm... Ich habe irgendwie Bock gerade. So, nächsten Tag beginnt. Hallo? Achso. Ja. Müssen Geld verdienen. Und wir hatten jetzt Pizza. Ähm... Das war jetzt nicht unbedingt eine Pizza, die ich jetzt dauerhaft essen könnte. Aber naja. Man kann es essen. Sagen wir es mal so. Aber jetzt dauerhaft würdest du dich essen wollen. Ja und? Lass mich doch verwöhnt sein. Was ist denn daran so schlimm? Ich finde selbstgemachte Pizza teilweise auch viel leckerer. Sorry. Ich glaube, wir hatten ja geklärt gehabt, dass wir beide sehr unterschiedliche Geschmäcker haben. Ach, mein BH kneift gerade und das hier. Hm. So. Es ist wunderschön, meine Taverne. Mir fehlen ja noch voll viele Sachen. Und dafür müssen wir erstmal ein bisschen Geld verdienen. Ach, guck mal, da ist wieder was hier. Level aufstehen. Oh, wir können jetzt Steak machen. Hm. Lecker. Das ist richtig lecker. Oh, wir füllen hier dann nochmal auf. So. Ananas. Mehr sage ich nicht. Ja, warum willst du denn die Anna immer nass haben? Verstehe ich nicht. Also, ne? Also, ne? den nächsten Tag beginnen. Muss immer so ein bisschen hier noch verschieben. Ja, 13 Erdbeeren! So. So, bisschen schneller werden, Fräulein. So, wir müssen jetzt mal gucken. Genau, Veranstaltung, da wollte ich ja jetzt endlich mal... Haben wir immer noch nicht! Mann, leck mich doch an Eier! Ja. Ja, müssen wir halt noch mal ein bisschen warten. Hier nochmal auffüllen. Hier nochmal auffüllen. Ja. Jetzt müssen wir wieder ordentlich Geld ranschaffen. Weil das war jetzt eine teure Investition. Aber ich denke, das wird sich lohnen. Ich hoffe. Ich hoffe, dass es sich lohnt. Weil sonst könnte ich einen leichten Rappel kriegen. Aber nur einen leichten. Kann ich eigentlich mehr Barkeeper haben? Wir brauchen noch eine Kellnerin anscheinend. Ähm... Jaaa, wir haben schon ordentlich... Jetzt wahrscheinlich gleich Verlust. Ach Gott, das wird den Dieben, ne? Ja. Da fehlen uns noch sieben edle Gäste. So. Wir haben da schon mal wieder ein bisschen Gewinn gemacht. Sehr gut. Junge, Leute. Jetzt müssen wir immer oben halten, die Sachen. Na, gucken wir mal, ob wir noch eine Kellnerin rankriegen. Dann nehmen wir noch mal so eine Catelyn. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass das Geld ein bisschen schneller fließt. Ein bisschen besser. Der Wein ist immer so schnell weg. Na, Leute, Anna, das sieht aus hier. Wir brauchen ganz dringend noch mehr Tische. Kaufen wir noch. Guck mal, wir kaufen jetzt noch mal. Wir müssen halt so edle Tische nehmen, hab ich das Gefühl. So. Warte, oder? Ich stelle ihn hier vorne hin. Mhm. Ja. Ja. Ah, da können sich noch mehr Leute hinsetzen. Puh. Es wird langsam. So. So, Forschung ist auch fertig. So, dann machen wir erstmal das. Ja, das wird am schnellsten hochgehen, als wir die anderen Sachen. Ja. Ja, das wird jetzt richtig wehtun im Geldbeutel, hab ich das Gefühl. Mal hoffen, dass das auch so funktioniert, wie ich mir das denke. Ja. 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 Ja, wir haben nur plus 36 gemacht. Das ist nicht gut, Leute. Das ist überhaupt nicht gut. Erhöhe das Level eines beliebigen Mitarbeiters. Ja, wer macht da ja kein Gold? Müssen wir mal warten, bis wir die wieder losschicken können. So, dann können wir endlich mal das da machen. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, dass wir das machen können. Na, bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Der Wein ist immer so schnell, alle. Schlimm. Junge, 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 hier geht's up. So. Wir müssen ganz dringend Gewinn machen hier. Oh, da hat wieder was ein Level up, der Fischsteak. Der Fischsteak, weil ich bin auch so ein Fischsteak. Mal die Helga. Ja. die forschung geht doch echt gut voran hier ja sehr gut so plus eine bar vorbeginn ja wir haben plus 713 gemacht das ist sehr schön nächsten tag beginn kaufe ein waschbecken für die küche ach guckt mal was wir hier haben ja sehr nice das heißt wir können unsere küche ausbauen was sehr schön ein gewürzregal leute und 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 hey, ihr müsst jetzt ein bisschen länger laufen dahin ist mir egal wir haben ein Gewürzregal einfach, wie schön ja, es sind riesen Ecken aus der Küche, glaube ich, noch aber das ist ganz gut ich gucke gerade, was ist das? ein Becken ein Kessel für Suppen das ist gar nicht mehr so doof dann hier so ein Becken so Köche auf Etage 1 haben nicht genug Kessel, um alle Suppen vom Menü zu kochen oh, okay man braucht mehrere neues Rezept okay dann müssen wir noch mehr kaufen wie viele müssen wir denn da kaufen? ja, ich weiß, wir haben immer noch nicht genug das ist so teuer ob das gut geht? was ich hier fabriziere ich weiß nicht das wird kritisch hier ja, das wird kritisch kritisch, Leute kritisch wir müssen jetzt erst mal Geld sparen bevor wir hier weitere Kessel und so ne? ja, der nächste Tag beginnt ja, danke ja, danke alle Gäste dieser Veranstaltung wurden bedient okay, super ja, das ist schwierig ja, das ist schwierig da fehlt nur noch der so, das hätten wir geschafft schön so, wir fahren langsam plus sehr gut ja, das wird so, ich denke mal wir tun die das nächste Mal aussenden denke ich mal okay